Holz, Steine. Und die Nahrung kann auch weg. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug, um eine Wissensschriftrolle zu kaufen, die ihr auch gleich benutzen könnt. Und euch... Einen Stahlpanzer, der euch etwas länger am Leben hält. Gut. So, Dorf hat nichts für uns. Ein Goblin-Miene wird auch noch eine Weile dauern. Die brauchen wieder Nahrung zum Wachsen, das kriegen wir auch irgendwie hin. Oh, sie verstärken ihre Wachtruppen draußen. Gut. Also als nächstes Diplomatie dann Wissen. Dann geht nochmal ein Punkt auf Diplomatie, damit wir nochmal Führungspunkte kriegen. Ja, mal gucken. Ich hätte auch von Anfang an die ersten beiden Punkte in Dings packen können, in Diplomatie. Einfach damit ich... ...von Anfang an zwei Truppschwertkämpfe gehabt hätte. Aber irgendwie kommen wir auch so klar, weil ich glaube, ein Truppschwertkämpfer ist gar nicht mal so billig. Nein, ist er nicht. Und Milizen will ich nicht. Ich will von Anfang an Schwertkämpfer haben. Und jetzt machen wir wieder einen Quick-Safe. Imperiale Garnisierung braucht wieder was von uns. Ah, großes Vorrock-Lager, ja. Wir haben eh so das Gefühl, dass wir wenig Aufträge auf dieser Map haben werden. So, das hier haben wir gekleert. Wie gesagt, die Briganten, die lassen wir erstmal in Ruhe. Ja, soll ich mal herausfinden, was die zu sagen haben. Gut. Aha. Get lost! Verschwindet. Leave us alone! Lasst uns in Ruhe. Hm. We serve the Empire. Okay, das hier ist eine große Monsterhöhle mal wieder. Aha. Ach, und ein Brigantenlager. Hier wieder eins. Aha. We're almost there. Oh, das Dorf macht uns ein Angebot. Wir brauchen die... ...Ketanenschwert vom Bärenlager. Ha! Ja, das hier wäre der Wachtturm, aber wir gehen erstmal zu dem Bärenlager. Ja, das hier wäre der Wachtturm, aber wir gehen. Ja, das hier wäre der Wachtturm. Genau, greift die Schützen an. Die können irgendwie ziemlich gut ausweichen. Dein Feind ist mein Feind. Wir wissen nicht. Ja, Herr. Auf Ihrer Kommandung? Geh, wo? Gut. Wir sind fast da. Blöde Brigands! Sie werden uns nicht einen Freizeit geben. Destrohen unser Kampen und nehmen alles, was sie von uns stolen haben. Diese verdammten Briganden, sie lassen uns nicht in Ruhe. Zerstört ihr Lager und so da ist zurück, was sie uns gestohlen haben. Ah, da hinten. Okay. Ja, können wir machen. Oh, Wölfe. Wow, viele Wölfe. Happy to serve? Go away. Good. Aha. Äh, erstmal muss ich euch auffüllen. Yes, Sir. Oh, hier kosten sie weniger zu erfüllen. Irgendwie praktisch. Ich habe doch noch nichts hier gesteigert, was für Dings sorgen würde. Egal. Egal. Schriftrolle Wissen, die hätte ich gerne. Das Titanschwert hätte ich eigentlich auch gerne. Äh, also nehmen wir das Titanschwert. den Panzer, den Panzer, hat der in die Wissenschriftrolle. Und ja, weil wir es können, werden wir jetzt erstmal das Brigantenlager vernichten. Go away. Happy to serve? Happy to serve? Good. Mh, erstmal die kleine Höhle mit den kühlen Monstern da drin. We're almost there. That's all. You're a dead man. Äh, nicht gut. Yes, Sir. Yes. With pleasure. Go away. We serve the Empire. With pleasure. Burn. Yes. I'm going. How is it for you? Huh? We're almost there. That's all. You're a dead man. We're almost there. Aim. We're almost there. Catch this. Yes, Sir. Good. Good. Yes, Sir. Keh, Steinchen. Go away. Oh. Bär, Bär und Bär. Aber keine Höhle in der Nähe. Go away. Aim. Yes, Sir. Yes, Sir. Habe ich meine Schützen irgendwie unbesiegbar gemacht, dass ich ihnen den Panzer angezogen habe? Ich weiß es nicht. Yes. Go away. Yes. Yes, Sir. Go away. I catch this. Yes, Sir. Wie zur Hölle haben die Bären es jetzt so schnell wieder geschafft, einen meiner Schwertkämpfer zu töten? Vor allem die tragenden Titanenpanzer. Your enemy is mine, yes. We're almost there. Oh, das ist ein interessantes Brigantenlager. Kill whom? Aye. Happy to serve? Your enemy is my enemy. Kill whom? That's all. You're a dead man. Well, we don't know. Good. Happy to serve? Kill whom? That's all. You're a dead man. Yes. We're almost there. Go away. Good. Das ist die beste Strategie, die zu besiegen. Well, we don't know. Well, we don't know. Uh-huh. Yes, Sir. More blood! Huh? Catch this! I eat this! I eat this! We're almost there. Well, we don't know. Huh? Yes, Sir. Go away. Ist das hier überhaupt ein Brigantenlager oder ist das einfach nur... Uh-huh. Uh-huh. Happy to serve? Huh? That's all. You're a dead man. Yes. Schön weiter. Yes, Sir. On your command? Feuerwächter? Ah. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann könnt ihr den da nämlich tragen. Klinge der Gerechtigkeit. Nett. Nett. Level up. Ja. Erstmal die beiden. Good. Yes, Sir. With pleasure. Happy to serve? Good. So, dann gehen wir jetzt noch zum Dorf zurück. Ich könnte hier einen zweiten Magier erneuern, aber nee. Ich muss den Schwertkämpfer ersetzen, auf jeden Fall. Und ja, mindestens einen Stahlpanzer verkaufen. Yes, Sir. Yes, Sir. Ein Dorf macht uns ein Angebot. Die brauchen was aus dem Wolfslager. Okay. Yes, Sir. Ah, erst einmal die ich nachrüsten. Und einen Panzer verkaufen. Yes. Kill home. Happy to serve? Yes, Sir. Kill home. Dann würde ich aber sagen, ist es mal wieder an der Zeit, endlich mal an der Zeit einen Cut zu machen hier. Also speichere ich das jetzt. Oh, ich habe hier zweimal Let's Play 19. Okay. Let's Play 20. Speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also, bis gleich.